Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Alexander Weibricht von Kryptomagazin und in diesem Video heute sprechen wir wieder über die aktuellen Kurse. Wie jeden Morgen gerade, wir sind sehr nah am Markt, wir wollen heute oder regelmäßig jetzt auch das Thema Kryptowährungen, Analysen geben und hier geht es jetzt weniger darum, dass ihr das selber tradet oder dass ich euch zum Traden animieren möchte, sondern es geht mehr darum, meine Perspektive auf den Markt zu geben und zwar so ein bisschen mit Charttechnik. Das Thema ist für mich auch schon seit einigen Jahren maßgeblich dafür, für Entscheidungen zu treffen. Warum? Manche halten Charttechnik für Humbug oder für Magie. Die anderen sagen, das ist eigentlich fundamental. Charttechnik ist nichts anderes als die Übertragung der Idee, dass man den Chart als eine Art Psychogramm von menschlichen Entscheidungen betrachtet und dann darin versucht, Trends oder eben Fortführungen oder eben klare, aus Vergangenheit Evidenzen abzuleiten, die darauf hinweisen, wie es weitergeht. Das ist eigentlich alles im Wesentlichen. Und wir reden heute wieder kurz über Bitcoin und Ethereum. Wenn ihr mal andere Charts mit mir besprochen haben wollt, sagt einfach Bescheid, schreibt ins Kommentar. Aber wenn euch das Video gefällt oder grundsätzlich euch das Thema gefällt, dass ich das mit euch morgens bespreche, lasst gerne einen Daumen hoch da oder schreibt einen Kommentar rein und sagt, was euch gefällt und was euch nicht so gefällt. Mir ist klar, da werden jetzt einige sagen, ja Alex, also Kryptomagazin, wir wollen eher so allgemeine Themen. Ganz klar, wenn ihr da so Themen habt, die euch interessieren, schreibt gerne in die Kommentare. Ich mache da auch gerne mal ein separates Video dazu. Heute wollen wir nochmal über die Charts sprechen. Ich lasse die Charttechnik oder die Analysen, die ich gemacht habe vom Vortag, lasse ich einfach immer stehen und dann switche ich sozusagen immer von Tag zu Tag auf die nächste Analyse. Ich lasse die Sachen einfach so stehen, wie ich sie davor eigentlich eingezeichnet habe und dann sehen wir, inwieweit die Sache, die ich am Vortag gesagt habe, irgendwo stimmt oder auch nicht stimmt. Lasst uns direkt in Bitcoin einsteigen. Wir haben hier einen Aufwärtskanal gehabt, einen relativ starken Push die letzten Tage. Wir sind auf dem Daily Chart, also auf dem Tagesschart und dann hatten wir hier den Umbruch und dann hatten wir diesen Einbruch hier in den letzten Tagen. Das sind 1, 2, 3, 4 Tage. Heute ist mein vierten Tag des Einbruchs beim Bitcoin und ich hatte schon mal gesagt, hier ist der 9er Moving Average und der war hier der Widerstand oder andersrum, der hier war hier der Support und jetzt habe ich ihn rot umgezeichnet von grün in rot, weil jetzt wird der 9er Moving Average leider zur Resistance. Das heißt, wenn der Bitcoin wieder steigen will, dann muss er beim 9er Moving Average durchbrechen und das sehen wir auch super, super klar hier. Ich gehe jetzt nicht mit der Maus drüber, sondern sozusagen nur zeitlich. Wir sehen tatsächlich hier am 9er Moving Average prallt jetzt der Bitcoin-Kurs ab. Also er ist zumindest im Laufe des heutigen Tages hier abgeprallt. Hier hatten wir irgendwo einen Übergang und dann ist er wieder hoch und dann ist er am 9er Moving Average abgeprallt. Das heißt, der 9er MA ist jetzt sozusagen der Widerstand, den wir überwinden müssen, damit die Korrektur wieder weitergeht. Also damit wir sozusagen, ich zeichne es mal ein, damit wir sozusagen hier so eine Art Reversal haben nach oben, hier runter, zack, nach oben, müssten wir jetzt auf jeden Fall dieses Niveau hier überschreiten. Ich zeichne es auch mal hier ein. Dieses Niveau hier müssten wir überschreiten, weil das sozusagen der 9er Moving Average ist. MA heißt Moving Average Close. Das bedeutet, die letzten neun Schlusskurse bilden einen Durchschnitt und das sehen wir quasi hier. Und der muss überschritten werden, damit das hier fortgeführt wird. Wenn das nicht passiert, dann sehen wir halt diesen Kanal hier, diesen Abwärtskanal, in dem wir hier hin und her bouncen. Ich kann mal hier so eine Skizze einzeichnen. Wir könnten hier vielleicht dann sozusagen, ich zeichne es mal so ein, zack, zack. Und hier werden wir voraussichtlich auch nochmal einen Support haben. Das ist der Moving Average der Bollinger Bänder. Und hier sozusagen könnten wir abprallen und wieder nach oben gehen. Wenn wir den halt auch durchbrechen, dann geht es hier bis auf 33.700 runter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so ein Niveau jetzt erreichen werden. Es kann sein. Wir sind einfach jetzt gerade wieder so in einem Abwärtstrend. Jetzt werden viele sagen, ja, Alex, sei nicht so bärisch. Wir sind auch alle bullisch. Ich bin ja auch bullisch. Das habe ich auch in den letzten Videos gesagt. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass wir uns hier bewegen. Ich kann es nicht leugnen. Wir haben den Moving Average durchbrochen. Wir stehen jetzt hier unten und müssen jetzt einfach abwarten, ob dieser Kurseinbruch aufgekauft wird, ob hier Supports sind, die ich jetzt quasi übersehe. Aber ich sehe halt im Wesentlichen gerade hier auf dem Daily zumindest keinen großen Support hier abwarten. Ja, also im Augenblick würde ich jetzt von der Entscheidung her, ob es weiter runter geht oder steigt, tatsächlich sagen, das ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir weiter fallen. Letztendlich muss es jeder für sich entscheiden. Wenn ihr Chart-Techniker seid und sagt, ja, nee, also da ist ein Support. Alex, den siehst du nicht. Schreibt gerne in die Kommentare. Aber ich sehe es halt so, dass wir den Support hier an den MA's der Bollinger Bände haben. Ansonsten haben wir hier den Support durch den Abwärtskanal. Also hier runter irgendwo bei 36.700 sehe ich jetzt auf jeden Fall, wenn wir jetzt im feinen Fall fallen würden, nochmal einen Support. Aber es zeigt sich auch relativ schnell, wenn wir auf Ethereum switchen, dass auch solche Channels invalidiert werden können. Wir hatten hier einen schönen Kanal und den habe ich gestern so gezeichnet, dass wir quasi ziemlich bullisch sind. Vor allem, weil wir ja morgen auch das London-Update haben. Aber wir haben halt die Smart-Contract-Releases bei Ethereum. Es kann sein, dass jetzt hier auch mitunter ein Abverkauf ist oder auch viele Angst davor haben. Wir sehen hier, wir sind aus dem Kanal ausgebrochen nach unten. Wir sind abgeprallt und da sehen wir es wieder. Der 9er Moving Average ist eine extrem wichtige Zone, gerade auf dem Daily. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Support-Zonen in diesen Charts. Und man sieht, dass er genau wieder am 9er Moving Average abgeprallt ist. Also jetzt kann man natürlich von Chart-Technik halten, was man will und sagen, ja, das ist ja alles Quatsch. Aber man sieht tatsächlich hier, zack, nach unten und direkt am 9er Moving Average abgeprallt und wieder nach oben. Also wer jetzt sagt, da ist keine Evidenz und das sieht man in fast allen Charts, dann weiß ich auch nicht. Klar, wir sehen bei Bitcoin, haben wir dort eine Resistance gehabt mehrere Tage, also einen Support gehabt mehrere Tage und dann sind wir durchbrochen. Aber jetzt sehen wir hier auf jeden Fall wieder den Bounce. Und jetzt ist die Frage heute und das wird eigentlich die wesentliche Frage heute sein. Schaffen wir es wieder in den Kanal zurück? Also schaffen wir es so auf 2.570 bei Ethereum? Schaffen wir das heute? Setzt sich dieser Kanal fort? Und wir sehen auf jeden Fall so Richtung 3.000 bis Ende der Woche. Wenn sich dieser Kanal nicht fortsetzt, dann sehen wir hier halt und die Resistance hier beim neuen, dass der Support beim 9er Moving Average bricht, dann sehen wir den nächsten Support tatsächlich auch so bei 2.100. Ja, ich denke mal, das ist klar. Wenn ihr also eine Entscheidung treffen müsst, würde ich sozusagen gerade jetzt auf diese Sachen gucken und mal gucken, wo ist der Support? Hier drunter zum Beispiel kann man meiner Meinung nach vielleicht sogar, wenn man tradet, eine Short-Position eröffnen, werden wir da drunter fallen. Aber ich bin immer noch insgesamt bullish, auch wenn der gesamte Markt gerade so ein bisschen korrigiert hat heute Morgen. Das ist was im Kryptomarkt, das sind ja keine großen Bewegungen. Also da dürfen wir uns auch keine Illusionen hingeben. Alles unter 10% ist vollkommen normal. Alles über 10, 20% ist natürlich eine klare Korrektur. Konsolidierung, vor allem nach starken Pumps und wir haben die letzten Tage so einen starken Uprun gesehen. Und das muss man an der Stelle natürlich auch sagen, bei aller Vorsicht und bei allem, ja, wie geht es weiter, muss man schon sehen. Wir haben, guckt euch das an, wir hatten ein super Run-Up und dass wir jetzt mal auf die Hälfte konsolidieren, das wäre irgendwo hier. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist eher normal. Es werden Profite mitgenommen, die Unsicherheit am Markt ist immer noch da aufgrund von Regulierungen. Ja, das ist also bis hierhin so die Hälfte vom Run-Up, also vom Aufstieg hier, dass wir das konsolidieren. Die Hälfte mindestens ist immer normal. Das ist was, wo ich auch überhaupt keinen Blutdruck habe. Nur trotzdem, achtet drauf, wenn hier solche klaren Supports wie der 9er Moving Average durchbrochen werden, dann ist es kein gutes Zeichen. Und ihr seht hier schon auch abgeprallt, sofort aufgekauft. Da sehen wir schon einen bestätigten Support beim 9er Moving Average. Genau, das ist sozusagen das kleine Markt-Update am Morgen. Wir sehen, wir sind mal gespannt morgen. Wir machen, ich denke, ich mache sicherlich zum Ethereum-Update morgen mal ein etwas ausführlicheres Video, weil es auch gewünscht wurde, zu den Chancen und Risiken vom neuen Update bei Ethereum. Ich denke, es wird auch super spannend, da auch nochmal den Chart anzugucken, was da passiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, wenn ihr noch Anregungen, Ideen habt, Vorschläge dazu, was für Charts wir analysieren sollten oder welche Kryptowährungen interessant sind, dann schreibt einfach in die Kommentare. Ganz liebe Grüße. Bis dann. Euer Alex. Bis dann. Jostra. Jostra. Bis dann. 20. Dim. 20. .